Hallo, willkommen bei Mamani, Finanzen kann jeder. So, da bin ich wieder. Im Mittelpunkt steht immer noch der Aufbau des Depots. Mein Plan war es erst einmal in die Breite, also in unterschiedlichen Branchen, Länder und Währung zu investieren. Ich kann aber nicht einfach so wild investieren, nur weil ich unbedingt in die Branchen rein will. Aktuell bin ich vertreten bei Automobil, Telekommunikation, Internet, Versicherung, Chemie, Versorger, Öl, Biotechnologie und seit gestern Medien. Es gibt noch reichlich Branchen, die ich abdecken möchte, um den Zyklen am Markt entgegenzuwirken. Eigentlich wollte ich weitere Branchen bedienen, aber manchmal ist es nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Wir befinden uns in einer sehr volatilen Phase, wo die Märkte stark schwanken. Mal geht es 3% runter, dann 2% wieder hoch und so weiter. Sieht man ja in dieser Woche sehr gut. Auch wenn ich mein Portfolio nach einem Kauf noch aktiv weiter bearbeite und daher die Einstiegskurse nicht ganz so wichtig sind, achte ich darauf, dass ich nicht zu jedem Kurs reingehe oder eventuell mehr bezahle, als es wirklich sein muss. Heute ist mal wieder so ein Tag. Also ich spreche hier vom Mittwoch, wo ich das Video mache. Da steigt der Markt und die meisten Aktien ziehen da mit. Ich habe ein paar für mich interessante Aktien auf der Liste, die aber alle heute höher stehen wie gestern oder vor 2 Tagen. Hinzu kommt der aktuelle Markt, der aktuell sehr nervös ist. Viele sprechen von einer Korrektur in der Größenordnung von 10-15%. Ich lasse mich jetzt nicht groß davon beeinflussen, denn ich weiß, dass gerade in der Zeit, wo alle von einer Korrektur sprechen, es oftmals genau anders kommt. Daher investiere ich weiter, um das Depot größer zu machen. Rücksetzer plane ich da ein. Allerdings muss ich jetzt nicht unbedingt zu höheren Kursen bei interessanten Titeln zuschlagen, wenn man davon ausgehen kann, dass durch Marktschwankungen Werte in ein paar Tagen wieder nach unten laufen können. Mich treibt ja nichts. Ich muss ja nicht in den nächsten 3 Tagen mein Geld in Aktien investieren. Wenn es die Situation es erfordert, dann muss ich meinen Plan halt anpassen. So wie jetzt. Wie gesagt, ich wollte erstmal die Basis schaffen und dann, wenn diese steht, punktuell in einzelnen Branchen, je nach Lage, mit weiteren Aktien meine Position ausbauen. Ich passe nun meine Vorgehensweise an. Morgen kann es wieder ganz anders aussehen, je nach Marktlage. Es macht für mich aber heute eher Sinn, in einer Branche eine zweite Position aufzubauen, weil ich dort einen Wert in meinen Augen günstiger bekomme, als wenn ich in einer noch nicht besitzten Branche eine Aktie etwas zu teuer kaufe. Das kann ich in ein, zwei oder drei Tagen immer noch machen, wenn der Kurs mich dann mehr anspricht. Daher werde ich heute eine zweite Position im Telekommunikationssektor anstreben. Dafür schaue ich mir die AT&T genau an. Eventuell ist sie ja ein Kaufwert. Da ich meinen Masterplan ja kenne, ja, ich habe einen Plan und deswegen weiß ich, dass ich sowieso mehrere Titel aus der Branche brauche. Nicht, weil sie in der Zukunft vom Kurs her super laufen werden. Damit braucht man bei solchen Unternehmen nicht rechnen. Diese Werte dienen zur Stabilität des Depots und zur Generierung von Cashflow. Durch Dividenden. Auch solche Werte braucht mein Depot. Fette Dickschiffe, die sich schwerfällig im Kurs bewegen, aber einen dicken Betrag jedes Jahr ausschütten. So, nun genug geredet. Schauen wir uns die Aktie jetzt mal genau an. Viel Spaß mit der AT&T-Analyse. Heute, also AT&T. Nach Verizon, der zweite dicke Telekommunikationswert aus den USA. Warum keine deutsche Telekom? Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Tja, das hat Gründe. Zum einen will ich das Depot nicht zu sehr mit deutschen Werten bestücken. Aktuell ist es noch der Fall. Zweitens, ich will in den US-Markt auch rein. Und dort sind viele Aktien sehr, sehr hoch bewertet. In meinen Augen könnten viele US-Aktien ruhig mal 10 oder 20% runterkommen, um fundamental wieder auf ordentlichen Niveaus zu gelangen. Dann nehme ich doch lieber eine Aktie, die mir aktuell nicht ganz so abgehoben aussieht. Keine Sorge, die Deutsche Telekom werde ich mir später auch nochmal ansehen. Auch ein gutes und interessantes Unternehmen. Was vor allem durch seine T-Mobile US-Beteiligung wirklich interessant ist. Neben dieser Firma gibt es dann auch Verizon, die ich schon habe. Und halt AT&T, die ich mir jetzt ansehen will. Das sind die drei großen Dickschiffe, die den Markt vor allem beherrschen. Hat man dann also Verizon, AT&T und eventuell später die Deutsche Telekom, den T-Mobile US, fast gehört, dann hat man die wichtigsten Firmen in dem Markt. Wer von den drei Unternehmen dann das Rennen in den USA macht, also auf Platz 1, 2 oder 3 ist, kann mir dann Schnuppe sein. Davon mal ab, alle drei Firmen werden ihr Geld verdienen. Der Telekommunikationsmarkt in den USA ist komplett gesättigt. Da wird es keinen großen Wachstum mehr geben. Alle Kunden haben grundlegend ihre Verträge und Anschlüsse. Und je nach Preisgestaltung wird sich der Marktanteil der großen drei Firmen halt nur verschieben. Wenn ich später mal in alle drei Werte bin, dann ist es mir egal, ob aktuell AT&T oder Verizon erster ist. Wichtig ist nur, dass alle Firmen, die ich dann habe, profitabel arbeiten, Geld verdienen und diese über dicke Dividenden ausschütten. Wenn dann auch der Kursleid steigt über die nächsten Jahre, dann bin ich mit meinem Invest voll zufrieden. Ja, ich schweife schon wieder ab. Kommen wir erst einmal zurück zur AT&T-Analyse. Dann kann ich am Ende noch ein bisschen erzählen. Vorher sollten wir aber erstmal wissen, ob die Aktie es in meinem Depot schafft. Zur Analyse nutze ich mal wieder mein Tool, das über Punktvergabe bei der Analyse berechnet, wie viel Geld ich in das Unternehmen stecken soll. Das mache ich, da ich rational über einen Kauf entscheiden möchte und nicht nach dem Bauchgefühl. Meine Analyse soll sich also direkt auf meinen Kaufbetrag auswirken. Fangen wir also erst einmal mit der Analyse und den Langzeitscharts an. Hier interessieren mich als Langfristinvestor vor allem die Trends und Widerstands- bzw. Unterstützungsbereiche auf langer Sicht. Tja, AT&T hatte mal bessere Jahre. Anfang 2017 musste man noch 41,35 Euro für eine Aktie bezahlen. Dann begann ein langer Abwärtstrend, der die Aktie Anfang 2019 auf 24,70 Euro brachte. Von dort aus startete die Aktie eine Erholung bis auf gut 35,50 Euro. Dann kam die Corona-Krise und die Aktie fiel zuerst bis auf 25 und später Ende 2020 bis auf den Tiefskurs von 22,43 Euro. Von hier aus begann dann der mittelfristige Aufwärtstrend. Hinzu kommt aber ein neu gebildeter, übergeordneter, mittelfristiger Abwärtstrend, der im Sommer 2020 bei der Oberseite begann. Durch zwei tiefere Tiefs, ausgehend vom Tief Anfang 2019 und zwei tieferen Hochs, ist dieser ebenfalls noch aktiv. Da wir uns in einem aktiven, langfristigen Abwärtstrend und in einem mittelfristigen, aktiven Aufwärtstrend befinden, der aber in einem weiteren, übergeordneten, mittelfristigen Abwärtstrend liegt, kann ich hier nur drei Punkte vergeben. Kommen wir zum Jahresschart. Hier sehen wir die aktuelle Situation ein wenig genauer. Seit dem Sommer 2020 befinden wir uns in einem horizontalen Band, das von 22,43 bis 27,08 Euro reicht. Grundlegend befinden wir uns in einem untergeordneten, mittelfristigen Aufwärtstrend, den wir leider vor ein paar Tagen nach unten verlassen haben. Hinzu kommt ein kurzfristiger Abwärtstrend, der im Mai bei gut 27,00 Euro begann. Nehmen wir die letzte größere Aufwärtsbewegung, so befinden wir uns aktuell zwischen der 38,02er Fibonacci Linie, die bei 24,20 Euro verläuft, und der 23,06er Linie bei 23,53 Euro. Diese haben wir kurz am 19. Juli nach unten durchstoßen. Wir sind aber schnell wieder über die 23,06er Linie zurückgelaufen. Aktuell befinden wir uns in einem neutralen Bereich zwischen den Linien. Sollten wir weiter nach unten laufen, so warten neben der 23,06er Linie noch weitere horizontale Unterstützung auf uns. Sollten diese nicht halten, so kann es bis zum Oktober-Tief bei 22,43 Euro runtergehen. Hier sollte dann erst einmal ein guter Boden gefunden werden. Kann der Kurs weiter nach oben gehen, so warten ebenfalls horizontale Widerstände auf uns. Hinzu kommt die 200-Tageslinie, die bei 24,45 Euro verläuft. Im Anschluss treffen wir auf die 50er Fibonacci Linie bei 24,75. Danach könnte es schnell bis zur 61,08er bei 25,30 Euro und bis zur 78,06er Linie bei 26,08 Euro gehen. Sollten auch diese Widerstände den Kurs nicht aufhalten, sind die alten Zwischenhochs bei 27,08 Euro vom Mai möglich. Da das Chance-Risiko-Verhältnis recht gut ist, wir uns auch noch in einem mittelfristigen Aufwärtstrend, der leider vor ein paar Tagen nach unten durchbrochen wurde und zusätzlich in einem aktiven kurzfristigen Abwärtstrend befinden, kann ich hier nur zwei Punkte vergeben. Nun zu den Bollinger Bänder, die eher für die kurzfristige Betrachtung interessant sind. Das Bollinger Band wird aktuell breiter, das spricht für eine hohe Volatilität. Der Kurs bewegt sich aktuell unterhalb der 20er Tageslinie. Außerdem hat der Kurs das Band am 19. Juli kurz nach unten beschlagen, ist aber im Anschluss direkt wieder zurückgelaufen. Momentan sind wir nach oben gerichtet. Da die Zeichen hier eher für ein Verkaufssignal sprechen, gebe ich hier drei Punkte. Als nächstes die Stochastik. Die Stochastik sieht besser aus. Wir haben mehrmals das Band in den letzten Tagen nach unten durchschlagen, sind dann aber wieder direkt in das Band zurückgelaufen. Das spricht eher für einen überverkauften Markt, was sein Potenzial aber etwas abgebaut hat. Aktuell befinden wir uns an der Unterseite des Bandes, mit der Richtung nach oben. Dafür kann ich sechs Punkte vergeben. Kommen wir zur nächsten Seite. Auf dieser Seite nehme ich externe Firmenbewertungen auf. Hier finden wir den Piotrowski Wert. Der liegt bei drei von neun Punkten. Der Wert bestimmt die finanzielle Stärke eines Unternehmens. Da wir nicht die mindestens fünf Punkte erreicht haben, kann ich hier leider keinen Punkt geben. Beim Moody's Analystik Whiskor gibt es neun von zehn Punkten. Der Wert bietet eine auf ein Jahr in die Zukunft gerichtete Messgröße des Kreditrisikos. Hier neun Punkte. Bei der Risiko-Chance-Bewertung erhält das Unternehmen eines von fünf Punkten. Da ich hier den Wert mal zwei nehme, vergebe ich zwei Punkte. Auf der nächsten Seite kommen wir zu den Analysten. Die nehme ich auch mit auf, da sich die Jungs viel intensiver mit den Unternehmen beschäftigen, wie jeder Privatanleger. Was sagen die Analysten zu AT&T? Fünf sagen kaufen, zwei übergewichten, 15 halten, einer untergewichten und fünf sagen verkaufen. Damit komme ich auf einen Durchschnittswert von 3,0 von 5. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 27,21 Euro. Dabei geht die Spanne von 19,55 bis 36,55 Euro. Nimmt man den aktuellen Kurs und zieht die Differenz zum durchschnittlichen Kursziel, so haben wir einen Wert von 3,40 Euro. Das ist ein Aufwärtspotenzial von 14,28 Prozent. Dafür gebe ich sechs Punkte. Auf der nächsten Seite kommen wir zu der Aktienanzahl. Hier sieht man, ob sich zukünftige Gewinne auf mehr oder weniger Aktien verteilen. Nachdem die Aktienanzahl 2017 stark gestiegen ist, wurde die Anzahl in den beiden Folgejahren wieder etwas abgebaut. Dieses Jahr nahm die Anzahl wieder leicht zu. Insgesamt haben wir immer noch viel mehr Aktien im Umlauf wie vor vier Jahren. Dafür kann ich nur vier Punkte vergeben. Auf der nächsten Seite kommen wir zur Bilanz. Hier vergebe ich einzelne Punkte, die dann in dem Bereich Bilanz der Aktie im grünen Kästchen automatisch zusammengezählt werden. Fangen wir mit dem Umsatz an. Nachdem der Umsatz mehrere Jahre zulegen konnte, und das im teilweise zweistelligen Prozentbereich, ging der Umsatz im Corona-Jahr wie bei so vielen Firmen zurück. Da wir 2020 gut 13 Prozent weniger Umsatz hatten wie im Vorjahr, kann ich hier keinen Punkt vergeben. Schauen wir uns das KUV an. Das KUV liegt bei 1,22. Das liegt etwas über dem, was mir gefällt. Da ich das Corona-Jahr aber als Sonderfall sehe, kann ich gerade so mit dem Wert noch leben. Ich gebe mal einen Minipunkt. Einen wirklich sehr, sehr kleinen. Ab zu den Gewinnen. Der Gewinn geht mal rauf und mal runter im Corona-Jahr etwas stärker. Da wir aber immer noch hohe Gewinne haben und vor allem eine hohe Marge mit fast 30 Prozent, die sogar im Jahr 2020 höher liegt wie im Vorjahr, gebe ich mal einen Punkt. Das KGV gefällt mir. Wir haben hier einen Wert von 8,96. Also dafür kann ich einen Punkt vergeben. Kommen wir zu den liquiden Mitteln. Das Unternehmen verfügte Ende 2020 über 9,7 Milliarden Dollar. Das ist für so ein Unternehmen in Ordnung. Dafür vergebe ich natürlich einen Punkt. Mit der Eigenkapitalquote von 37 Prozent kann ich sehr gut leben. Ein gesunder Wert. Einen Punkt gibt es dafür ganz locker. Die Schulden sind natürlich schon in einer schwindelerregenden Größenordnung. Man muss sie aber im Verhältnis zur Größe des Konzerns sehen. Mir gefällt, dass nach drei Jahren Schuldenerhöhungen, gerade im letzten Jahr, was ja nicht gerade einfach für Firmen war, die Schulden verringert wurden. Der Konzern achtet also auf sein Schuldenberg. Und daher vergebe ich hier einen Punkt. Nun zum Nettoverschuldungsgrad. Dass die Schulden nicht wirklich zu hoch für AT&T sind, kann man hier am Nettoverschuldungsgrad gut sehen. Der liegt mit 8,36 in einem guten Bereich. Das Unternehmen könnte also seine kompletten Schulden mit seinem EBITDA-Gewinn innerhalb von gut acht Jahren zurückzahlen. Dafür gibt es von mir einen Punkt. Aktionäre mögen Dividende. Und daher schauen wir uns natürlich auch mal an, was AT&T so macht. Und wenn ich mir dazu ansehe, möchte ich manchmal mehr wie einen Punkt geben. AT&T erhöht nicht nur jedes Jahr seine Dividende, sondern der Aktionär erhält auch noch gut 7% Dividendenrendite. Was will man mehr? Dafür gibt es einen fetten, fetten, also wirklich fetten Punkt. Die Ausschüttungssumme liegt bei 15 Milliarden Euro. Beim Free Cashflow von rund 25 Milliarden Dollar kann diese locker ausgezahlt werden. Das sieht gut aus. Dafür gibt es mal wieder einen Punkt. Damit wäre die Bilanz zu Ende. Wir haben insgesamt 9 Punkte erreicht. So, als Aktionäre müssen wir natürlich in die Zukunft schauen. Kommen wir also zu den Schätzungen. Der Umsatz soll in diesem Jahr wieder wachsen. Auch im nächsten Jahr soll dieser leicht zulegen. Da die Steigerung aber sehr klein ist, vergebe ich hier nur einen Punkt. Der Gewinn soll im Vergleich zum Vorjahr wieder steigen. Das Niveau von 2018 und 2019 soll aber noch nicht erreicht werden. Hinzu kommt, dass der Gewinn leicht sinken soll in den Folgejahren. Da die Höhe gut ist, aber die Steigungsrate negativ, vergebe ich nur einen Punkt. Das KGV befindet sich in den nächsten Jahren immer noch unter 10. Da kann ich es verschmerzen, dass wir hier Schwankungen haben. Ich vergebe zwei Punkte. Die Dividende soll in den nächsten Jahren etwas sinken. Eigentlich untypisch. Aber man muss auch bedenken, in welchen Dimensionen wir uns bewegen. Bei gut 6% bis ins Jahr 2024 hinein kann ich die zwei Punkte ruhig vergeben. Der Free Cash Flow soll in den nächsten beiden Jahren sinken und dann 2024 wieder steigen. Für mich ist wichtig, dass genügend Free Cash Flow für die Dividende und Investitionen vorhanden ist. Und das ist hier der Fall. Ich vergebe zwei Punkte. Zählen wir auch hier die Punkte zusammen, so kommen wir bei den Schätzungen auf 8 Punkte. So, kommen wir zu den News. Bei den News interessieren mich vor allem die Nachrichten der letzten Wochen. Alles was da vorliegt, ist zwar interessant, um sich ein Bild über das Unternehmen zu machen. Allerdings sind diese dann schon lange in den Kursen eingepreist. Daher betrachte ich eher kürzere Zeiträume. Jo, bei AT&T gibt es gute, aber auch schlechte. AT&T wird den Betrieb von Warner Media mit dem Rivalen Discovery fusionieren. AT&T soll dabei 43 Millionen Dollar in Baraktien sowie in Form von Schuldenübernahmen bekommen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. AT&T soll zudem von dem neuen Unternehmen eine Mehrheit von 71% haben. Also sie behalten eigentlich die Hände am Steuer. Dann gibt es noch Meldungen, zum Beispiel, dass AT&T 100.000 neue Kunden gewinnt. Was ja in dem amerikanischen Markt ja auch keine Selbstverständlichkeit ist bei der großen Konkurrenz. Allerdings haben wir dann auch mal negative News, wie zum Beispiel, dass die SEC AT&T verklagt wegen Weitergabe vertraulicher Daten an Analysten. Ja, und dann haben wir noch mal wieder eine gute News. AT&T findet eine Lösung für sein Direct TV. Ein Gemeinschaftsunternehmen mit Finanzinvestoren soll entstehen. Das Unternehmen wird mit gut 16,25 Milliarden US-Dollar bewertet und AT&T soll mal wieder 70% von dem Unternehmen behalten. Also auch da halten sie wieder die Hände am Steuer. Wenn ich alles betrachte, sieht man eigentlich, dass AT&T eher gute News hat. Vor allem die Schlagkraft dieser News, die ist schon gut. Wir sehen, dass wirklich AT&T sich neu formiert, dass wirklich Sachen ausgegliedert werden in neue Unternehmen, die vielleicht besser im Markt aufgestellt sind. Und dennoch wird AT&T weiterhin die Hände am Steuer haben. Also das sind News, die mir wirklich gut gefallen. Vor allem durch solche Sachen kann AT&T sich wirklich auch mehr auf sein Kerngeschäft konzentrieren. Also mir gefallen die News. Ich gebe 8 Punkte. So, nun zu den Insider-Trails. Eigentlich sieht das hier ganz gut aus. 2020 und 2021 wurden regelmäßig Aktien von Führungskräften gekauft. Allerdings jedes Jahr nur wenige Aktionen. Teilweise aber dafür in Millionenhöhe. Den letzten Verkauf, den ich entdecken konnte, liegt gut 2 Jahre zurück. Also insgesamt gefällt mir das. Ich gebe auch hier 8 Punkte. So, auf der letzten Seite finden wir dann den Fear & Greed Index. Dieser Index findet weltweit eine große Beachtung und gibt einen Überblick über die aktuelle vorherrschende Emotion am Markt. Erstellt wird der Index übrigens von dem US-amerikanischen Fernsehsinn das CNN Business. Der Wert, der steigt jetzt mittlerweile langsam wieder. Wir hatten gestern, glaube ich, noch einen Wert von 17 gehabt. Mittlerweile sind wir wieder auf 20. Ist jetzt kein großer Sprung, aber er geht zumindest wieder ein bisschen rauf. Bei einem Wert von 20 gebe ich 7 Punkte. So, und dann noch das Währungsrisiko. Wir bewegen uns nicht mehr im europäischen Raum, sondern beim US-amerikanischen Dollar. Und daher ist ein gewisses Risiko vorhanden. Der Dollar, der wird aktuell stärker. Man kann der Währung eine Schwankungsbreite von gut 10% zusprechen. Und dementsprechend ist man natürlich auch immer in der Gefahr, von seiner Position 10% zu verlieren oder zu gewinnen. Je nachdem, wie die Währung schwankt. 10% ist aber auch noch ein Maß, mit dem man gut umgehen kann. Und daher vergebe ich hier 7 Punkte. So, kommen wir zum Schluss noch zu meiner Meinung. Tja, AT&T ist natürlich eine schwierige Entscheidung. Zum einen haben wir die Chart-Technik, die lang, aber auch kurzfristig nicht sonderlich gut aussieht. Man muss abwarten, wie sich die Aktie in der nächsten Zeit verhält. Das sehen wohl auch die Analysten so, denn die meisten sagen halten. Was mich anspricht, ist das solide und rechtssichere Geschäft und die natürlich dicken Gewinne. Dadurch kann das Unternehmen eine überdurchschnittliche Dividende zahlen. Die Schulden sind kein Problem und der Rubel rollt erst einmal in den nächsten Jahren, auch wenn es ein bisschen weniger wird. Finanziell ist das Unternehmen wirklich gut aufgestellt. Schade, dass die Schätzungen nicht etwas optimistischer sind, vor allem beim Umsatz. Anhand der News sieht man aber, dass AT&T aktiv dabei ist, sein Geschäft neu zu ordnen. Das gefällt mir. Also, ich vergebe 6 Punkte, wegen der angeschlagenen Chart-Technik. So, schauen wir uns doch jetzt mal die Punkte an. Dazu schalte ich mal auf die Auswertungsseite. Ja, das ist knapp, würde ich mal sagen. Also 55,7%. Bei meiner vorgegebenen Schwelle von 50%. Das ist jetzt nicht viel an Puffer, aber es ist noch in einem investierbaren Bereich. Das Tool sagt mir, ich könnte 557 Euro investieren. Maximal 1670. Was natürlich hauptsächlich an den Charts liegt. Ja, ich glaube mit dem Betrag kann man sich arrangieren. AT&T wird natürlich kein Feuerwerk in den nächsten Jahren abfeuern. So einen Wert holt man sich auch nicht, wenn man auf Kursexplosion setzt. Das Unternehmen kann man sich ins Depot packen, um Dividende zu kassieren. Und mit ein wenig Glück ist das Unternehmen dann in ein paar Jahren noch etwas mehr wert. Wie jetzt. So kann man insgesamt eventuell auf eine Rendite von 10% pro Jahr kommen. Ist ja unterm Strich auch nicht verkehrt. Dabei fällt schon 6% auf die Dividende. Eventuell dann noch 4% oder 5% an Kurssteigerung pro Jahr. Das würde mir schon reichen. Man muss auch berücksichtigen, dass durch die hohe Dividende jedes Jahr 6-7% vom Kurs durch den Dividendenabschlag abgezogen wird. Da wird es schwer über markante Schadmarken zu schießen. Allerdings wird der Wert ein Depot auch stabilisieren. Das Geschäftsmodell ist relativ stabil. Selbst wenn Corona noch einmal zuschlägt. Und daher wird der Wert auch nicht von diesem Niveau aus weit nach unten gehen. Ich kann mir das zumindest nicht vorstellen. Falls doch und die Zahlen bleiben weiterhin auf diesem Niveau, ist es perfekt für mich. Denn ich könnte dann diese Position als Dividendenwert weiter ausbauen. Allerdings kann es auch ein wenig interessanter bei AT&T werden. Aktuell strukturieren sie den Laden etwas um. Das Geschäft mit der Telekommunikation dürfte mehr in den Mittelpunkt rücken. Daher bringen sie aktuell ihr Mediengeschäft in andere Unternehmen ein. Behalten aber dennoch die Mehrheit. Ist ja nicht verkehrt. Hinzu kommt das Thema 5G-Technologie. Das dürfte in den nächsten Jahren eine ganz wichtige Rolle für uns spielen. Und AT&T ist als einer der größten Anbieter in den USA mit dabei. Also ich höre auf mein Tool und gehe trotz nicht idealer Bedingungen in den Wert rein. Meine mindestens 50% habe ich ja erreicht. Bei meiner Strategie wäre es auch nicht schlimm, wenn ich später bei tieferen Kursen aufstocken würde. Ich bin ja nicht mit viel Geld drin. Bei dem Wert bekomme ich auf jeden Fall über Jahre ein fettes Schmerzensgeld. Egal was mit der Aktie passiert. Falls der Markt durch die aktuelle angespannte Situation, Thema es wird mal Zeit für eine Korrektur am Aktienmarkt, runtergehen würde, wäre AT&T wahrscheinlich nicht ganz so betroffen. Und daher kann ich aktuell mit so einer Investition besser leben, als wenn ich in einen spekulativeren Wert gehen würde. Also ich kaufe eine kleine Position mit 24 Aktien von AT&T. Das wird mein Depot weiter stabilisieren. Und dadurch bekomme ich auch die Möglichkeit, in etwas spektakulärere Titel zu gehen. Man muss ja eine gesunde Mischung haben. So, das war es dann für heute. Ich hoffe, die Analyse hat euch gefallen. Falls ja, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch. Das würde mir helfen, den Kanal ein wenig bekannter zu machen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann macht das auch, damit ihr keine Videos verpasst. Ich suche dann mal die nächsten Aktien raus, die ich analysiere. Ich will ja schließlich mein Depot noch weiter ausbauen. Bis zum nächsten Video. Euer Markus. Hat euch das Video gefallen, dann drückt bitte den Daumen hoch-Button. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und damit ihr kein Video verpasst, drückt gleich noch die Glocke. Danke.